In Niedersachsen sind eine Reihe von Wölfen derzeit zum Abschuss freigegeben. Mehr dazu hört ihr im Schwerpunkt des Audios Neck. Was sonst noch wichtig ist, Emsland. Durch Corona ist unsere Arbeit zur Hölle geworden. Das sagt eine Angestellte eines Pflegeheimes aus dem mittleren Emsland. Schon vorher sei die Arbeit in den Pflegeheimen nicht leicht gewesen, aber mittlerweile fühle sie sich in einer Endlosschleife gefangen mit nahezu täglich neuen Vorschriften und Regeln. Dass nun auch noch die Impfpflicht für sie und ihre Kollegen beschlossen wurde, habe bei ihr das fast zum Überlaufen gebracht. Sie selbst habe sich schon einmal gegen Corona impfen lassen und sei bestimmt keine Impfgegnerin, sagt jedoch, aber müssen wir Angestellte in Pflegeberufen uns denn nun alle drei Monate gegen Corona impfen bzw. den Impfschutz auffrischen lassen? Das kann ja nicht die Lösung sein. Das Impfthema spalte das Kollegium in zwei Lager, die einen, die alle Impfverordnungen mittragen würden, und die anderen, die keine Lust mehr auf den Zickzackkurs der Politik hätten. Darunter leide das Betriebsklima ungemein. Neben den Angestellten seien auch die Heimbewohner die Leidtragenden, ständig müssten sie isoliert auf ihren Zimmern bleiben. Das führe zu großer Unzufriedenheit. Osnabrück Die Autos bleiben bald draußen. Der Osnabrücker Stadtrat hat mit klarer Mehrheit die Sperrung der Straße vor Dom und Theater beschlossen. Die Sperrung wird für Domhof, Lorzingstraße und Dielinger Straße auf dem Abschnitt von der großen Domsfreiheit bis zur Einfahrt zum Parkhaus Nikolaiort gelten und soll laut Ratsbeschluss möglichst nach der Maiwoche, spätestens jedoch zu Beginn der Sommerferien Mitte Juli umgesetzt werden. Zum Schwerpunkt In Niedersachsen sind eine Reihe von Wölfen derzeit zum Abschuss freigegeben, das hat nun erstmals das Umweltministerium in Hannover bestätigt. Ein Sprecher teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, derzeit gibt es drei vollziehbare artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen. Übersetzt heißt das, drei auffällige Problemwölfe dürfen getötet werden. Die entsprechende Zahl der Genehmigungen hatte die Landesregierung bislang ebenso unter Verschluss gehalten wie weitere Details zu den einzelnen behördlichen Maßnahmen. Zur Begründung verwies das Land stets auf den Schutz der entsprechenden Jäger und Behördenmitarbeiter vor radikalen Wolfsschützern, erst nach erfolgtem Abschuss wurde die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt. Gegen dieses Vorgehen hatten Abgeordnete der Grünen geklagt, der Staatsgerichtshof gab ihnen zumindest teilweise Recht. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus eurer Region, Stand 17.20 Uhr. Weitere Nachrichten und Hintergründe findet ihr auf noz.de slash audiosnack. Die nächste Folge hört ihr am Donnerstag.